Herr Kahrs, können Sie mir ein großes Feedback geben? Ja klar doch, mein Junge. Ist gut, ist gut. Danke, jetzt werde ich viel besser, hat Hattie gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Hattie Visible Learning fertig gelesen, es ist voll mit Post-its und es war ein schwerer Brocken, aber heute möchte ich das erste Video zum Thema Feedback machen, damit wir Lehrpersonen Feedback richtig anwenden können. Feedback hat gemäß Hattie eine Effektstärke von D gleich 0,73. Das ist also deutlich eine starke Effektstärke, weil der Durchschnitt sollte wie gesagt D gleich 0,4 sein und mit 0,73 ist das im Schnitt plus 0,33 höher als die erwünschten Effektstärken von allen möglichen Dingen im Schulalltag. Aber es gibt ein immenses Problem mit dem Thema Feedback und zwar verstehen die meisten Leute, und ich sehe das, wenn ich im Internet Kommentare lese oder wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die auch aus dem Lehrerberuf kommen und die meisten Leute haben es falsch verstanden. Ich habe es auch falsch verstanden ganz am Anfang, bis ich diesen Schinken hier durchgelesen habe und Hattie mehrmals erklärt, was Feedback ist und was es nicht ist. Ich möchte hier kurz aus Wikipedia zitieren. Feedback, Rückmeldung, Rückinformationen bezeichnet in der Kommunikation von Menschen die Rückübermittlung von Informationen durch den Empfänger einer Nachricht an den Sender jener Nachricht. Also der Empfänger, die Lehrperson gibt dem Sender, dem Schüler, Schülerin eine Information zurück. Dies kann in mündlicher wie auch in schriftlicher Form übermittelt werden. Ich muss einfach dem Schüler und der Schülerin immer wieder möglichst mündlich, ab und zu mal schriftlich sagen, wie es so läuft. Und jetzt gibt es zwei Probleme mit diesem Ansatz. Erstens, Feedback ist oft mit Wert gefüllt. Nicht, dass das irgendwie falsch wäre, aber Feedback soll nicht nur ein Lob sein. Und das zweite Problem ist, es enthaltet meistens zu wenig Information zum Lernstoff. Weil wir wollen ja, dass die Schüler besser werden in der Schule. Das heißt, wir müssen genau hinschauen und mehr Informationen zum Lernstoff mitgeben. Und jetzt das große Missverständnis von Feedback erklärt halt die ganz klar, Feedback ist in erster Linie nicht das, was die Lehrperson den Schülerinnen zurückgeben muss, sondern Feedback ist eigentlich, was die Schüler an Informationen der Lehrperson geben, was sie bereits verstanden haben aus dem Unterricht. Also wir als Lehrpersonen müssen nicht in erster Linie Feedback geben die ganze Zeit und einfach erhoffen, dass auf magische Art und Weise die Leistung von Schülern um 0,73 besser wird, sondern wir müssen Informationen über das Wissen, über das Verstandene von den Schülerinnen sammeln. Das ist das Feedback. Wir holen uns Feedback von den Schülerinnen. Nicht wir Lehrpersonen geben die ganze Zeit Feedback. Das geschieht erst später. Also wir müssen ständig daran bleiben, zu wissen, wo unsere Schülerinnen stehen. Denn erst dann, wenn wir wissen, was sie wirklich im Detail verstanden haben und was nicht, erst dann verstehen wir, aha, das haben sie gar nicht kapiert. Oder aha, okay, jetzt ein bisschen den Plan ändern, jetzt mache ich ein bisschen das und das und das und dann gucken wir nochmal, ob sie es verstanden haben oder nicht. Das heißt, jede Lehrperson und jeder Dozent von einer pädagogischen Hochschule, die einfach das Wort Feedback in den Mund nimmt und dann Hattie sagt und alle nicken, ah ja, ja, genau, Feedback, Feedback. Wir müssen Feedback den Schülern geben, wir müssen Feedback den Schülern geben. Das wird die Leistung steigern, hat Hattie gesagt. Aber das stimmt nicht. Ihr habt den wichtigsten Schritt ausgelassen, so wie ich es auch ausgelassen habe und erst jetzt kapiert habe. Feedback heißt zuerst zuhören, hinschauen, Infos sammeln, wissen, was läuft, nur beobachten und genau beobachten. Und erst dann überlegt man sich, was man Informationen den Schülern mitgeben muss, damit sie dieses kleine Ding da heute in dieser Lektion verbessern können. Erst zuhören, dann sagen. Und nicht einfach, okay, ich muss möglichst viel sagen, 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 gerade was so gut läuft, was ich gerade mitkriege, sondern ich muss von der ganzen Klasse die Infos sammeln, haben sie jetzt zum Beispiel, können sie diese drei Quizfragen, die irgendwie den Kern dieser Lektion beinhalten, können sie die wirklich beantworten? Wenn sie es nicht beantworten können, habe ich das Feedback von den Schülern erhalten, sie haben es nicht kapiert. Also muss ich es nochmal machen oder einen anderen Weg finden. Wir Lehrpersonen müssen also sehr vorsichtig umgehen, auch mit Lob. Es geht darum, beim Feedback nicht nur ein Feedback zu geben, damit man ein bisschen Info zum Lernstoff gibt und vor allem den Schüler oder die Schülerin auch lobt, damit sie motiviert ist, weiterzumachen. Wir müssen wirklich vorsichtig damit sein und das dosiert damit umgehen. Denn nur mit Lob kann der Schüler oder die Schülerin eigentlich gar nicht weiterkommen im Lernstoff, sondern im Zentrum steht die Information, die die Schülerin benötigt, um sich selber zu verbessern. Und ein kleiner Stolperstein, so nur nebendran, Hattie hat auch aufgezeigt, dass wenn man Peer-Feedback macht, also Schülergruppen und sie zusammensetzt und sagt, hier habt ihr die Kriterien, gebt euch gegenseitig Feedback, Da haben die Forscher herausgefunden, dass bis zu 80% der Informationen, die sich Schüler und Schülerinnen gegenseitig geben, dass es falsch ist. So und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir Lehrpersonen machen, um Feedback möglichst gut umzusetzen. Und Hattie nimmt das ganze Thema in 10, 20 Seiten auseinander mit verschiedenen Bereichen, aber der wichtigste ist wohl, und das haben die meisten bestimmt schon gehört, ist das formative Feedback. Also nicht das summative Feedback am Abschluss eines Themas, wo man eine Prüfung macht oder ein Projekt abgeben muss oder sowas, und summativ, also summierend alles zusammen überprüft und eine Note gibt für das, was die Schülerinnen verstanden haben oder erreicht haben, sondern Feedback, das ständig in kleinen Mengen passiert und mit möglichst vielen Schülerinnen, mit möglichst allen Schülerinnen, wenn es geht. Das heißt, in jeder Stunde, an jedem Tag mal, in jeder Woche, die Schülerinnen darauf zu überprüfen, wo sie gerade stehen, daran zu erinnern, wo wir hinwollen, was sind die Lernziele und was ist der nächste Schritt. Das ist auch so ein Konzept, das Hattie vorstellt, quasi, was ist das Lernziel, wo stehe ich gerade und wo will ich jetzt genau hin, sprich, welche Informationen muss die Lehrperson mitgeben, damit der Schüler den nächsten kleinen Schritt nur machen kann. Um das mit möglichst wenig Aufwand zu machen, kannst du natürlich als Lehrperson, wenn die Schülerinnen arbeiten gerade und du beobachtest sie und hast vielleicht Zeit, um eigentlich irgendwie was zu erledigen in der Zeit, tu mal nicht irgendwie deine Sachen an deinem Pult erledigen, während sie eine Aufgabe lösen, sondern geh wirklich vorbei, schau genau aufs Blatt, schau genau, was sie sich notieren, guck nicht einfach über die Schulter, um zu gucken, ob sie arbeiten oder nicht oder ob sie lernen oder nicht, sondern guck genau das Wort oder der Buchstabe oder die Zahl, was auch immer, genau hin, was sie sich da notieren und überleg dir, ist es richtig oder falsch. Wenn nicht, komm ins Gespräch mit den Schülerinnen. Das ist formatives Feedback. Formatives Feedback kann auch sein, wie gesagt, am Anfang der Lektion, am Ende der Lektion, kurz drei Kernfragen zu stellen, zu gucken, ob sie es verstanden haben oder nicht und so die Info zu sammeln. Also es gibt ganz verschiedene kleine Wege, wie man einfach schnell von den Schülerinnen abholen kann. Habt ihr das wirklich verstanden? Ja, ja, wir haben es verstanden. Okay, schauen wir mal, ich stelle eine Kontrollfrage. Dies und das löst das Problem. Oh, dann merkst du, aha, okay, doch nicht verstanden. Du hast Feedback gekriegt vom Schüler, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und der allerletzte wichtige Hinweis, und das sagt Hattie immer wieder im Buch, so wichtig, positive Fehlerkultur. Fehlerkultur muss thematisiert werden an Schulen, bei Lehrpersonen. Fehler sind etwas Gutes. Ermutigt die Schüler, Fehler zu machen. Schaut, dass ihr, wenn die Schüler Fehler machen, dass ihr sie nicht blamiert vor der Klasse, sondern dass ihr sagt, hey, das ist zwar falsch, was du gesagt hast, aber ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp, das und das, jetzt überleg nochmal. Einfach die Schüler ermutigen, dass Fehler etwas Gutes sind und wenn sie Fehler machen, dass sie sich so weiterentwickeln können. Denn nur wenn wir Fehler machen, dann können wir auch wirklich besser werden. Also einfach Fehler willkommen heißen, den Schülern auch kommunizieren, dass sie Fehler machen sollen, dass sie mehr aufstrecken sollen, dass sie mehr mitmachen sollen und keine Scheu haben sollen, Fehler zu machen und auch nicht enttäuscht usw. reingucken, wenn die Schüler etwas komplett Falsches sagen, sondern es auch mal mit Humor nehmen und einfach überlegen, Wenn gut, der Schüler, die Schülern hat einen Fehler gemacht, was kann ich an Info oder an Tipp geben, damit sie oder er es nochmal probieren kann und vielleicht schaffen wir es dann gemeinsam, die Lösung zu finden. Das war es für heute. Wenn du das Handybuch selber lesen willst, ist unten in der Videobeschreibung der Link dazu, aber auch ein Link oder mehrere Links zu anderen guten Büchern, die dir für das Lehrerleben und den Lehrerberuf, meine ich, sehr viel bringen, aber auch fürs Privatleben. Außerdem, wenn du diese Links von Amazon unten benutzt, unterstützt du mich, weil alles, was du dann bestellst, egal ob es Bücher oder andere Dinge sind, da erhalte ich einen winzigen Provisionssatz. Also, wenn du Lust hast, bilde dich weiter, lerne wirklich genauer selber die Dinge herauszufinden und nicht nur Kaffeesatz zu lesen und in der pädagogischen Hochschule das Wort Feedback zu hören, sondern lies es selber nach und schalt deinen eigenen Kopf ein. Macht's gut, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. 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 Ciao.